hallo leute wir wollten heute an mummelsie wir haben sonntag den 3. januar aber die ganze schwarzwaldhochstraße alles gesperrt wollten einfach da oben in den bergen hornesbrinde eine schöne runde machen ich hatte mit komode alles geplant aber jetzt sind wir nur bis zum feldbach gekommen und jetzt ist es auch so gut ein bisschen hier draußen zu sein einfach frische luft zu schnappen ich mache noch ein paar aufnahmen und schöne grüße aus dem hochschwarzwald sie hat tatsächlich das ziel getroffen schnappen Tschüss. So, wir sind gleich wieder zurück bei unserem Parkplatz. Man hört schon das Rauschen des Feldbachs und dann verabschiede ich mich von euch und sag Kopf hoch und Tschüss. So, wir sind gleich wieder zurück.